Thiel beobachtete sie gespannt. Nun, wie ist er? Reichlich so gut wie die Spreeecke. Dem Wärter fiel eine Last von der Seele. Er hatte gefürchtet, sie würde unzufrieden sein und kratzte beruhigt seine Bartstoppeln. Nachdem die Frau hastig eine dicke Brotkante verzehrt hatte, warf sie Tuch und Jacke fort und begann zu graben. Mit der Geschwindigkeit und Ausdauer einer Maschine. In bestimmten Zwischenräumen richtete sie sich auf und holte in tiefen Zügen Luft, aber es war jeweilig nur ein Augenblick, wenn nicht etwa das Kleine gestillt werden musste, was mit keuchender, schweißtropfender Brust hastig geschah. Ich muss die Strecke belaufen. Ich werde Tobias mitnehmen, rief der Wärter, nach einer Weile von der Plattform vor der Bude aus zu ihr herüber. Ach was, Unsinn, schrie sie zurück. Wer soll bei dem Kleinen bleiben? Hierher kommst du, setzte sie noch lauter hinzu, während der Wärter, als ob er sie nicht hören könne, mit Tobiaschen davonging. Im ersten Augenblick erwog sie, ob sie nicht nachlaufen solle, und nur der Zeitverlust bestimmte sie, davon abzustehen. Thiel ging mit Tobias die Strecke entlang. Der Kleine war nicht wenig erregt, alles war ihm neu, fremd. Er begriff nicht, was die schmalen, schwarzen, vom Sonnenlicht erwärmten Schienen zu bedeuten hatten. Unaufhörlich tat er allerhand sonderbare Fragen. Vor allem verwunderlich war ihm das Klingen der Telegrafenstangen. Thiel kannte den Ton jeder Einzelnen seines Reviers, so dass er mit geschlossenen Augen stets gewusst haben würde, in welchem Teil der Strecke er sich gerade befand. Oft blieb er, Tobiaschen, an der Hand stehen, um den wunderbaren Lauten zu lauschen, die aus dem Holze wie sonore Choräle aus dem Inneren einer Kirche hervorströmten.